Oh, das ist richtig close, da können wir mal dick hingehen. Was habe ich zu verlieren? Backpack. War schon mal vor, Robert, habe ich jetzt gar nicht gesagt. Ja. Das ist ja ziemlich close, ey. Waren der Tabakhandler? Ach, da drüben. Das ist Urwald, da kannst du dich gleich in dem Wald verstecken. Ja. Ja, ist eigentlich ziemlich praktisch für uns. Ich hoffe, man braucht keine Sprengladung oder sowas. Ist da wieder losgefahren, Alemann? Nee, ich habe gerade mal eine Dings verarbeitet. Dauert ja fünfeinhalb Jahre. Du musst ja brauchen, ne? Ich glaube, du brauchst keine. War das nicht so hier, Alemann? Weiß ich nicht. Überhaupt Sprengladung? Selbst wenn man nicht dran kommt, dann warten wir einfach, bis einer aufgespringt hat. Der wird, denke ich mal, nicht alles nehmen können. Ich habe halt permanent eine gelbe geschlossen, Alemann. Könnte jeden Augenblick einfach weg sein. Was soll das denn? Hast du dich eingepieselt? Ne, ne, das ist ja die ganze Zeit, das knistert hier vorne irgendwo. Ne, du hast dich eingepieselt. Oder? Ja, hörst du doch. Das kommt, jetzt, das kommt die ganze Zeit. Hörst du da was wieder? Der Ecke wieder wackelt, deiner. Deiner? Robert hier ankommt. Alter, dauert das lange. So viel zu warm, mach wieder aus. Blab-Chuck. Wer ist das hier? Das ist so random. Wer ist das? Guck mal, wer ist das hier? Warum kann ich mir die mit Zirkonflex nicht anzeigen? Den Namen nicht rein. Kannst du von der Pipi anzeigen, oder? Ja, aber das steht da nicht. Vielleicht ist mein Pink zu hoch. Da muss ich noch dran sein, ne? Wird weg hier. Aber bei euch nicht. Aber bei euch nicht. d d und da aber in der Stelle um das Backpack wegtun, wenn du auch dahin kommst Ah ne? 15 K? Was meinste? weil der auffällt Nene wegen Ich muss jetzt ich fahre jetzt los, aber ich hoffe dass es klappt Das sind MG42 Genau Ein schönes MG3 MG42, war es nicht die Kette wegen? 4 Kilometer bis zum Verkäufer, ne? Auf geht's Dann 5 Minuten Wurde doch verboten, ne? Was dann? Weil das einfach Gliedmaßen abgetrennt hat Was dann? Ja, dafür haben sie ja beim MG3 in der Bundeswehr eine Datobremse eingebaut in den Ja? In was Bremse? In der Schloss Da war noch ein Nebel, Alter Was wollen das jetzt? Die NATO-Bremse So hat sich das genannt, das hieß NATO-Bremse Weil sozusagen Er hat die Kugeln gebremst In diesem In diesem Schloss halt dieses Ja, da war halt so eine Feder drin So ein komisches Ding da Vielleicht sind die Kugeln nicht so schnell geflogen Wurde danach die Limo raus, alle Mann Dann Fahr mit der Limo hin, oder? Hast du ein Quad? Ja, ich hab noch ein Offroad Okay, geiler Oh, ein Offroad ist auch nicht schlecht Limo bleibt bestimmt stecken Quad wäre noch geiler Könnte man noch besser manövrieren, denke ich Alles klar, du Faggot Wo fährst denn du lang, Alter? Bleib mal auf deiner Straßenseite, Junge Aber so wie der da steht kann er doch gar nicht auf seiner Straßenseite gewesen sein Was ne Banane, ey Aber dank dem hab ich wieder 100 HP Ach, ist das hier noch so auf dem Server? Anscheinend Unfall baut und dann wieder 100 HP Ich hatte eben 98 Ist richtig viel los, ey Ich hab, ich hoffe, die wollen nicht alle da hin Ja Sollen wir noch Tanken drin? Äh, wird knapp, ne? Na, zum Zigaretten-Dings komm ich Ich glaube so Zum Auftanken ist leider gerade keine Zeit mehr Alle, Mann, ey Und die sinken wie Sau, oder was? Ist gerade richtig close Ich war schon richtig weit hinter dir Hier ist ein Überfall Ich war weiter Oh, ich bin down Ja? Ja, die haben einen Wheel direkt disabled Ich hab rote Wheels Die Polizei kommt gleich, die Polizei kommt gleich Hallo, Orange Werdet ihr ausgeraubt? Ja Also, eigentlich nicht ausgeraubt, aber Ich würde auf jeden Fall geschossen Ja, mein Ding wird gleich explodieren, glaube ich War noch mit 20 kmh Zieh, alle, Mann, zieh! Nehmen so viele wie möglich aus dem Kofferraum noch mit raus Ich hätte in der Tat gespeichert Auch Farming-Güter? Ja, auch Farming-Güter Ja, auch Farming-Güter ich habe so vieles geht genommen und jetzt laufe ich lauf alle mann lauf fahr einfach zur garage packt mein auto da ein alles im rucksack drinnen pack warte warte leise der offroader ist gerade an mir vorbeigezogen als ich kann verkaufen die waren zumindest grad richtung town unterwegs richtung versorgungskiste lang waffen auf jeden fall lang waffen mach einfach suck life warte ich verkauf einfach ich bin auch wieder um weg dahin also zu fuß 300 meter ja ich würde ich würde vielleicht ein paar minuten warten und hoffen darauf dass die sich gegenseitig abknallen vielleicht was rausnehmen und wir vielleicht noch was übrig kriegen paar minuten veränder oder so hallo da bin ich hallo wir haben hier vorbeigelaufen ach so hat ja mein mein truck box so zersiebt ich kann zum glück noch so schnell fahren dass die langsamer laufen konnten die haben nur die hinterräder erwischt das heißt 20 km h war noch drin guten tag guten tag der herr wir sind ja ich mein genau ich wurde mein auto wurde komplett von kugeln zersiebt und aber ich habe es noch geschafft hier mit mit einem funktionierenden vorderreifen abzuhauen mein wasser mein auto dann direkt am wasser abgestellt und dann war hier gerade noch ein kollege von mir der meinte dass die verbrecher weg sind und jetzt wollte ich noch ein paar zigaretten die ich noch dabei habe verkaufen wenn sie wissen wollen wo die hin sind die sind richtung ja hier warten sie kurz richtung richtung la rocelle auch immer also hier wenn sie hier auf die hauptschlose gucken links noch mal mir vorbeigezogen okay wenn wir ihnen gefallen dann bitte einmal hier ihre ware verkaufen ist fertig dass ihr das gebiet hier groß vor mich umfahren ja 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 ich bin sofort wieder weg hat getroffen schon mal ja habe ich ich alles vielen dank natürlich wo bist du jetzt wieder meine garage warte auf dich ja ich brauche noch 1,3 kilometer musste laufen ja aber warte mal hier rechts von dir aus gesehen links müsste jetzt direkt mein trackbox sein ich will dir noch einmal zumindest die sachen rausnehmen ist noch ein bisschen was drin guck dir das ding mal an das ist das lebt nicht mehr Ja, bestimmt. Nein. Ich dachte gerade, der steht hier neben mir, Alter. Guten Tag, ich will jetzt den nicht überaus rauben oder so. Alter, mit Tabak macht man ja viel mehr als mit Scheiß. Hier ist 108... Ich habe nicht so viel. Warte, ich will mal kurz zum Supermarkt. Ich habe 270. Soll ich dir was mitbringen? Ich habe Essen, Trinken. Und sicher. Brauchst du einen Handy-Akku? Äh, nee, ich habe noch 45. Aber kannst du mir einen mitbringen, wenn du gerade eh einkaufst, kauf mir auch einen. Gut, aber besser. Sieht konzentriert aus, wie du fährst in einem sexy Tanktop. Ich bin auch voll am Sweaten, sieht man das? Ja. Robert, da hinten chillt ein bisschen. Ist das auf der Trampelfahne überhaupt? Äh, nö. Hast du kein GPS? Ach doch, aber... Was jetzt? Ich stacke. Okay, raus, laufen. Ich bin raus. Ist eh nicht mehr weit, 800 Meter bis zur Kiste nur, ne? Ich markiere mal kurz auf der Card, wo wir sind. Äh, warum hast du hier denn... Warum bist du hier so mit dem Rückgrat gebrochen? Wer? Wollen wir eh oder so? Du auch? Du auch? Du bist auch rücken. Okay. Jetzt heißt es beten, dass wir nicht sterben. Alter, wir sterben eh nicht, Alter. Es ist neblig, wir sind im Dschungel, es ist dunkel. Und keiner hat Nachtsichtgeräte. Vorhaupt nicht. Ja, ich glaub, die mit Langwaffen könnten sie welche haben, wenn du das bei diesen... Ja, vor allem, ähm... Wenn die an der Kiste stehen... Ist aber schon schaurig mit dem Nebel so ein bisschen jetzt über die Felder. Ja. Hat Flair. Der andere Seite, ich hab ja nichts zu verlieren. Ist echt so. Mein Leben, oh. Oho, mein Leben. Oho, in einem altes Live-Game. Oho. Man macht aber gut Geräusche, wenn man durch den Dschungel läuft. Dschungel macht gut Geräusche, ey. Ist der Plan, einfach an die Kiste irgendwas rausnehmen und wieder abhauen, ne? Ungefähr, ja. Deine hat 50 noch. Ja. Jetzt wäre er ab, hier endlich. Ja. Ich seh echt gar nichts. Ja, jetzt hier bergab, da unten ein bisschen, aber... Robert hat bei mir halt, äh, ein schön weißes Shirt an, das man auch oft sonst sieht. Hast du deinen Rucksack nicht an, Robert? Doch, hab ich. Letzten Meter sind im Busch. 80 Meter auch. 60 Meter. 60. Wir müssen zur Air-Drop-Box, ne? Nicht Mitte. So, stimmt. So ist guter. Oh, man steppt hier ganz schön auf so Blätter oder so rum, ne? Hm. Das meine ich ja, man macht gut Neusses. Ich seh ja keinen. Ich lauf einfach hin. In einer Box. Und? Leer. Nein, oder? Doch. Bitt leer. Bis ob die schon da waren und alles rausgenommen haben. Ja, scheiße. Will abhauen. Echt leer. Echt. Bitt. 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 Vielen Dank.